Es geht nicht so ein abrost, eine kleine Person. Aber war mir schön. Ich dachte, dass ich euch so leise. Ich hätte ihnen eine Hilfe gebraucht. Wow! Junge! Geht den Abstand! Oh, Der Lieb! Oh, Isla. Halt, ob sie aufgeagnet sind. Ah! Hier sind wir! was man so auch was man so auch was man so auch wir haben hier so ein Thema, wir gehen zu Fisch, Schau, Schau, Bären den eingeholt Schade, dass es nicht beide waren. Oh, alle drei am besten. Ja, okay, warte, warte, warte. Zweite Runde, Glücksrunde. Auf jeden, bei ersten Runden. Richtig, mein Schuss. Abba, geh mal mal unsere Quarten an, Mika. Nee, fast schon. Hier ist der neue Skin, hier ist der Scheiße. Gibt es doch so? Ich finde es eigentlich nicht scheiße, weil er finde ich sehr wehre Skin, sieht jetzt so um sich geil aus, ziemlich auffällig. Und dann hat man Backpackers, das weiß ich auch nicht. Wir können lieber diesen Hängegleit holen. Auf jeden Fall mehr. Wer so speziell ist. Warte, 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 lass mal. Einer guckt mir schon mal zu. Also, der mir gerade zugehört, der sollte man auch abrufen. Der heißt, die Bros zocken fort. Guck mal auch, seiner ist jemand. Oh, tja. Ich wollte nur die Schall. Kleiner gucken mir jetzt zu. Und vor allem hier waren wir gerade zwei. No, sondern wir waren gerade zwei. Mal, mal, mal. Ich weiß nicht, ob ich hier bin, ob ich hier bin. ja das wird angezeigt aber man kann das einstellen das ist das war nur den gesicht sieht und ich vorne hinter das bildschirm und so nur dein gesicht kannst du ja der macht doch so eine ist man nur sein gesicht sehen kann also nicht dieses rand und so kannst du es immer wenn ich hier lange ist hier mal eine shotgun wo ich gerade bin ach so dass sie gar kein gegner ich hab ja doch hey gerade mit holen gehört schon mal ist hier gar kein gegner ich weiß nicht und ich spiele gerade fußball werden mitmachen ich bin sogar noch mal herr händler kann man hat überall wollen aber man weiß nicht wo die trünen sind ich kenne mich auch nicht so gut ist als hat er ja ich habe auch eine der im klaren die wurde geöffnet von jemanden die arbeit ich bin der zehn euro als kalt an jungen spenden 10 euro für dich weil die 10 euro gespendet hast ein junger kann die 10 euro gespendet nein warum Dann hat das Reste gelebt. Nein! Das ist da noch. Ja, wir sind noch eine Gange. Ich bin schon mit dir in die Pfanne gegangen. Ich habe das Gefühl, dass unter der, unter der, mit dem Ganzen mehr Lust als aus hat. Wenn ihr fragt, wer ich die Bomben werfe, dann kriege ich das. Hä? Was war in einem Eucharistie? Ihr Korkangal. Was ist der? Was ist der? Ah, Gegner, Gegner bei mir, bitte. Gegner. Einer. Ich stink. Den habe ich. Den habe ich. Lass mich machen. Whisky-Gegner. Der Team-Match. Ey, der Team-Match, schnell! Schnell! Der Start-Tick-Match. Das kann ich noch mehr annehmen. Den Hullschütz. Easy. ich habe ja auch mein meinungsgericht ja das ist ein teammate ich wusste es baut den mit dem zu der ist hinter dir wo ist der hinter dir oh mein Mann da ich wusste es ich wusste es ich wusste es denn wenn du wenigstest das ist auch schlecht er ist nicht 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 warte wie viel hat er hat zwei Schüsse gegeben hast du guck mal wie viel er hat 100 in zwei Schüsse gegeben nicht mal einen getroffen ich glaub der war Hacker ne passt egal ob da such der Super-Schuss-Stackler ein Schuss-Stackler im Lappler-Schuss-Stackler im Lappler-Schuss-Stackler ich mach mal so ein Tick-Zackler der war ja wo ist der Mann ab? Das war's für heute. Ah, was für was war? Ich hab einen Gehen. Lass das mal save spielen, ne ne ne, das ist ein Grazy Grove. Grazy Grove, gell? Check nicht warum du so rausgesprungen hast. Ach was, wie viele Abonnenten hast du nochmals? Ja, so um die 32. Ja, okay, dann mach ich dir morgen 100 Abonnenten. Wie viele Abonnenten hast du? Ja, genau. Wie viele Abonnenten hast du? Also Abonnenten? Ja, also nicht Zuschauer. Gerade mal live stream. Gerade hab ich 14. Abonnenten, so Zuschauer. Zuschauer hab ich gerade mal live stream 14. Jamon. Ey, wer ist mein Haus? Bei nissen Gegner? Könnt du bitte kommen? Abas kannst du kommen, ich bin bei dir aber fein. Ich kann, komm, komm. Hier im Haus, hier im Haus. Da vorne im Haus. Da wo stehen wir. ja ich mache eine falle jetzt hier warte lass mich mal eine falle holen lasst mich mal bitte aber fall noch ich stehe erinnern ihr lasst mich mal bitte wo ist die eine domini Alter, die sagt keine Noob. Lass mal lassen. Lass mal eine Challenge probieren. Okay, nur Pumpkin. Oha. Nur Pumpkin. Der Jan steht nur Pumpkin. Keine Schrottkante, nur Pumpkin. Äh. Okay, Pumpkin, Schrottkante, die Heavy-Shotgun und alles. Aber nur Shotgun spielen. Ja. Shotgun. Wie wärs nur ohne Sturmgewehr? Weil Sniper und Raketenwerfer ist halt schon lecker. Ja, okay. Äh. Alles außer Sturmgewehr. Und Sniper. Oh, hä? Hä? Okay. Alles außer Sturmgewehr. Okay, ja, wir sind schon da fast. Du siehst ja auch. Komm mal Atme. Okay, aber es geht ja auch noch mal. Hat sie dir Bock auf Tassenpack? Nein, 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 lass doch nicht so gehen gehen. Also nein, nein, lass doch nicht so gehen gehen. Auch wenn die Qualität in der Gruppe gehen. Mal direkt in den Goldfern gehen. Mein Freund hat sich in der Gruppe wieder. Ich habe hier eine Karin. Goldfern oder die Korintheronen. Goldfern! Also du sagst nur alles aufestoben. Ja. Und was, wenn man nur die Stimmung gibt? Wer hat das Gegner irgendwie? ich habe einen zweiten account habe ich nur ein skin das ist 5 euros kennt weiß doch welchen da schicke ich dir freundschaft an der macht auch gleich mit meinem freund dann schicke ich dir freundschaft an der dann spielen wir auch manchmal die kraft gab ja hier nahe ich bin doch wie ich schon mal kommen wir schon mit ansagen ich habe sturmgewehr aus der kiste bekommt aber leider nicht Schau ganz Niemann Langsend noch keine Schauspielung, darf ich alles annehmen Nein, ich auch Okay Also erst, wenn man eine Schauspielung hat, dann dann Ne, wir haben ja die Satt alles aus Und dann haben wir gesagt alles aus Also da war uns die Schüche Also komm mal Dann sind wir das Schüche Also komm mal Komm mal Komm mal die schallgedämpfte maschinenpistole ist richtig stark geworden die schmerzen Die werden in den Brottschäfer verhindern. Darf man nicht nehmen. Heavy Shotgun, du zweimal Heavy Shotgun werdet. Double Heavy Shotgun. Tor. Minigang. Misch mit. Jo, was geht's? Ja, mit, mit. Minigang ist richtig stark. Ja, komm. Nein, nein, nein. Oh, das wird so schwer um ein Stimmgewehr. Ey, darf man diese, ähm... Also wir dürfen keine einzelne Stimmgewehr mehr finden. Okay, ich wollte gerade fragen, dass wir, ähm, diese Zielstimmgewehr, wo man ziehen kann. Hä, ich weiß, wie ganz das ich nicht mal? Äh, die so... Die so... Die so... Die, äh, das ist so blau... Die, die gibt's in blau und in lila. Das ist... Man hat da so... Ähm... 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 Kannst ... ... uh... glaub ich ein gegner gesteckt mein lieber kein ding er hat und jeder hat das was noch nie gemacht die chance die wir jetzt machen Naja. Oh, Pampere. Komm, komm, komm. Alle müssen ausrichten. Und ... Jacky auch. Wollt ihr lieb noch eine Mini? Ja? Wollt ihr noch mal kaufen? Doch. Ich komme. Ich muss weniger mitnehmen. Ich gehe jetzt perfekt Richtung Sonne, ich loote nichts. Man darf Sturmgewehrs mitnehmen, aber die nicht benutzen. Aber wenn man die mitnimmt ... ... muss man genau gucken, welche Waffen man hat und direkt ... Wo ist er ein Radrad hin, halt? Die Strafe darf sich nicht zusammen ... Die Strafe darf sich zusammen ... ... wo der Waffen aus der Hauke ist, oder? Ja. Nein! Ja, ich hab zwei Pum, dann, ich hab zwei Pum. Double Pum. Hat er genug Material? Wenn ja, dann ist das sehr gut. Ich hab Pum kann ... Ey, ich sag dir einen Tipp. Double Pum kann es jetzt ein bisschen schlechter geworden. Shotgun und Pum kann es besser. Weil Shotgun machst du ein bisschen Charn und mit Pum kann musst du den erst stecken. Wenn ... Wenn, dann ... Wenn, dann ... Dann würde ich ein bisschen ... Wenn, dann würde ich einen ... Ja, heavy shot ganz auch stark. Ich loote hier, wo ich gerade bin. Ich glaub, er müssen gegner. Der sterbe auch nicht. Ja, komm mal ab, komm mal. Ich glaub dann ist er nicht. Ich hab die Mama gettet. Oah! 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 abrassig schon mal abrassig schon mal schaden aber wenn die dann nicht weil guck mal wo unser team hätte wenn er steht lassen er ist komm mal kurz ich zeige dir mal so ein trick mich immer holzbäume abbauen und alles guck mal da ist eine Ich hab extra so dahin gelegt. Mach keinen Granaten. Ey, pass auf! Ich hab Granatenwerfer, Muni. Hier, komm mal. Hier, Granatenwerfer, Muni. Manni. Junge! Ich weiß, da sind die. Okay, wir haben die. Ach, da sind die. Okay, wir haben die. Ach, da hin. Ein Niederkirchen. Der Zweifel hab ich. Wo ist der? Ach, Wichtung! Wir haben uns noch einen Kamerat gewissen. Nein, ich bin nicht. Okay, wir haben die. Hast du gesehen, wie ich gebohrt hab, Abras und ich? So wie die Ninja Cypher gebohrt, Dicke. Läuft Abras? Läuft Abras? Ey, aber guck mal zu. Manni, ich hab dein Leben gerettet. Ja, den einen hab ich auch gekürzt. Weil der wollte Manni finischen. Und danach hab ich ihn beschlagen kriegen. Und danach hat er ihn nicht gefällt. Wie ist der auf dem Klinik? Der ist so auf dem Klinik. Der ist so auf dem Klinik. Ja, ja. Anstatt er auf uns. Und Gegner? Und danach hab ich... Anstatt er auf... Anstatt er auf dem Klinik. Dann haben wir auf dem Klinik. Aber wir haben auf dem Klinik. Aber wir haben uns nicht mal geschaut. Guck mal. Ich sag euch nur noch einmal. Hat die ne Stumm gewährt? Aber der Fahrrad war auch so schlecht. Hat die ne Stumm gewährt? Der hat sich jetzt in den Arm geschossen. Aber er war immer noch nicht. Nee, ich hab fast kein Käppchen zu gewährt. Ey, ist das eine Stumm gewährt? Ist das eine Stumm gewährt? Vielleicht ist das jetzt eine Stumm gewährt. Guck. Äh, nee. Du hast gesagt, ich darf auch... Ey, Zone, komm schon. Scherz auf. Äh, gerne. Ja, ähm... Muss noch irgendwie machen. Ey, ich mach jetzt noch Rüsten. Wollte mich nicht. Wenn du willst, kannst du das machen. Wenn du willst, kannst du das machen, wenn du willst. Ja, ja. Was heißt da? Was heißt da? Was heißt da? Ein bisschen nicht. Gib mir jetzt nicht ohne Rüsten. Bitte, bitte, bitte. Ein... Nein! Nein! Oh mein Gott! Von wo haben wir abgeschossen? Ach so, von da. Ah! Passt auf! Ach so weiter! Oh, nehme ich zu, nicht zu, nicht zu. Warum sonst geht es auf denieren! Warum sonst geht es auf den nacen? Ach so... Pass auf, auf an drei Seiten. Oh nein, da. Und weiter, pusht! Ander pusht! Und weiter, pusht! Er währt im Stummgewähr! Er wärt im Stummgewehr. Oh! 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 No! Ja, finis! Ja, finis! Ab raus! Nein, ich muss doch nicht mehr! Nein! Guck mal, wie viel es ist. Fünfter Platz ist schon gut. Aber fünfter Platz für uns ist das schon gut. Wir brauchen nicht fast ja Geburtstag, okay? Ich hab wieder 100 Vibox bekommen. Kann mir eine Stufe holen, aber holen wir es nicht. Warum so? Ey, Lecker, lass uns jetzt die Towers. Ja! Warte, lass mal! Ohne, ähm... Lass mal ohne M4. Also mit Skars ist das aber ohne M4. Und Seil ist schon wieder erlaubt. Und Seil ist schon wieder erlaubt. Aber ohne M4. Okay. Also nicht in Grau und so. Ja. Aber Skars sind schon erlaubt. Und Farmers. Ja, Skars und Farmers nur, aber nicht... Okay. Nur Skars und Seil. Und Seil. Und Seil. Und Seil. Ey, aber hast du gesehen, wie ich gebaut habe? Manni, hast du gesehen, wie ich gebaut habe? Ja. War es gut? Ja. Ja. Lass wieder singen. Ja, wie ich gebaut habe. Ja, wie ich gebaut habe. Ja, wie ich gebaut habe. Ich schaue uns ab, was wir richtig gut bauen. Ich mach kurz mein Headset ab, weil es bei mir lauter ist. Eine Minute macht's kurz ab, nur für eine Minute. Woher gehst du? Ja, genau, als ob jetzt ein Mikro ausgenommen hat. Okay. Scheide, ich habe vergessen, mein Fallschirm zu ändern. Zu ändern? Ja, mal. Ah, was ist das bei mir laut? Nein, eigentlich nicht. Ja, gar noch nicht. Hast du im Antenken und was? Wenn ja, dann sagt das mir mal. Ja, ja. Ja, ja. Okay, es sind schon Gegner. Nein, nein, nein. Doch keine einige Waffe. Gegner! 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 Ich bin neben euch, weil sonst sterben will. Infinee. Unser worshipiert derUE. Ja, der personas ist doch gut. Und? Und was ist denn ein Gegner? Ich bin dabei und hol den jetzt zurück zurück! Hoch, elementary Schwarzwäu imitation! Ah! Ja, Mann. Ich bin dabei. overheen mir, ich bin. Schulsterne Nr. DU. Junge, ich helfe doch. Ey lass mir mal den holen. Ich hol' ihn, ich hol' ihn. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ey, seid so welche. Warum sagt er schlau? Ich sag's nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bitte ich. Lasst tauschen gegen grüne Schottgar. Ich bin nicht schuldig. Hat jemand Schottgar, Moni? Wenn ja, ist er der Beste. Ja, ich hab's sehr nah. Darf ich schauen? Richtig geil. Aber wiese. Ich versteh das nicht. Außer Abras macht gar keiner die Paletten ab. Ich schwör ja. Weil man kriegt und ich hab' ne Küste. Dieses Holz, wo ich bin, das gehört alles mir. Ey, lass mich, lass mich das doch. Ey, was glaubst du? Guck mal wieder. Ey, Mann, Alter. Ey, lass mich hier munition. Lass mich munition. Ey, der ist so ein Blutgeier. Der holt meine Küste erstens. Ich hab' zu ihm gesagt, der soll nicht. Die Hauptsache hab' ich auch einen. Ich hab' gerade Bikschildi getrunken und du redest über Bikschildi. Oh, noch ein Bikschildi. Ey, Manni, dein Ernst, du holst dir keinen Bikschildi? Nein, komm, komm. Okay, okay. Ey, Abras, komm mal zu mir. Manni, was kommt die ganze Zeit hinter mir her? Ey, Manni, Alter, was glaubst du von mir alles? Ey, wollt ihr eigentlich schnallen hören? Ja, warum hier? Was war das gerade? Ich sehe hier. Was denn? Ich sehe hier. Soll ich doch einen Knall holen? Ja. Hier. Mami, hast du dieses Haus hier neben dir? Oh, pass auf, pass auf! Guck mal, wie viele Lamas ich jetzt finde, guck! 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 Guck mal, wie viele Lamas ich gerade habe! 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 Ey, Manni, was willst du von mir? Der geht mir die ganze Zeit hinterher! Und klort mir meine Sachen! Guck jetzt, wie der hintergeht! Manni, hör mal jetzt auf, wenn Tami zu kommen! Okay, komm, komm jetzt in die Zone! Nein, nein, das macht man auch richtig! Aber wenn er stirbt, macht er es auch richtig! Ey, ich brauche unbedingt Pumpkin, Manni! Ich hab nur drei, Pumpkin! Kübsch! Der sagt mir 23! Gib mal ein bisschen! Ich gebe dir drei, Pumpkin, wenn du mir die Pumpkin gibst! Okay, hier! Ah, nein! Hier ist Shotgun! Jetzt hab ich halt nur... Scheiße! Ey, dann nimm mal doch ein bisschen! Du musst immer so nacken! Nein, komm her, komm her! Komm her! Na, das gibt's in mir! Geflassst du jetzt? Äh... Geflassst du! Geflassst du! Geflassst du! Ich brauche 15, perfekt! Ich hab keine mehr, leider! Ich hab leider nur 17 und 17 Bruch, ich super! Geflassst du, okay, ab mir! Zu nennen…. Du musst jetzt mal in Fluss umfangen! Bloß da, drübschen! Was? Gegner? Bitte Gegner, bitte! Sie müssen bei Schiff, die sind Gegner! Nein, die waren mitここ! Achso. Waren die oder sind die? Waren die in den Toren? Waren die in den Toren? Und wo sind die jetzt? Na, warte, warte, warte. Junge Rocket! Warte! Ich sag schon mal Schmutz. Ja, ich mach keinen Schmutz, ich muss die Verbände mitnehmen. Wegen, du weißt doch. Zone und so was. Oh mein Gott. Manni, wird schon mal sterben? Oh, oh! Ja, komm, komm. Ich steh also. Ja, die lassen die Papa angekriegen. Das ist ein ganz wichtiges. Komm mal, komm mal, komm mal. Rutsch, 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 rutsch. Ja, die Pusch da, Mama. Ja, die Pusch da, Mama. Ich versuch mich in der da. Pass auf. Hast du meine Schildes? Einige, einige, einige. Ja, Zorn ist wichtiger. Wenn du stirbst, sterbe ich auch. Bei mir sind die. Bei mir sind die. Bei mir sind die. Oh, 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 oh. Von beiden Seiten. Ich dachte, die sind bei dir, die sind bei mir. Alle sind hier, alle. Alle sind hier, alle. Die drei Leute sind hier. Sorry. Ich hab gefragt, wo? Die sind jetzt weg. tot oder lebst du noch abrass wer schießt mit jagdgewehr bist du tot abrass die mann und Flasche. Harald, du gehst heute in Moschee, ja? Also hab ich mich so unbezieht. Ich hab doch gestern der alter Idiot gehabt. Und deswegen darf der nicht gehen. Und zu viel geht der heute? Ja, mit zu viel kannst du gehen. Geh da hinten. Jetzt kannst du weggehen. Spaß und geh mal dahin. Du musst drei Sekunden sein. Passt, passt. Einmal berühren. Einmal berühren. Wirklich. Abra! Hat er sich beide gerade gerührt? Abra! Du hast gerade ein Jagdgewehr, eine Bürste, eine Rocket und eine blaue Pumpgun. Ich guck deinen Livestream wieder an. Pass. Versuch. Pass. Mach mal auf! Pass. Schau machen wir, du mal die tauschen. Gib mal her. Ach. Schau auf. Ich werde noch extra schießen. Ich werde noch extra schießen. Warum? Tja, als ob wir dieser Bakusgast in der Luft bleiben. Nein! Doch! Nein! Mach es! Ich habe so ein Tier. Warte, ich habe große Schütteln. Bist du? Ich habe große Schütteln. Ich habe große Schütteln. Nein! Ich kann mich denn das nicht reinbringen. Ich verliere! Nein! Ich verliere! Ja! Ja, ich verliere. Kann ich da ein Tier mit dem machen? Ja! Nein! Jetzt wird es. Ich habe auch ein Tier. Ey, wenn ihr mit eurer Runde fertig seid, dann komme ich gleich, weil ich habe aus Versehen Kreis gedrückt und ich stock dann nur schnell eine Runde und dann, wenn du tot bist, dann... Ma'am! Meckel, biblical auch! Wenn ihr dann gewünscht werdet euch auch! Wenn ihr wtedy dann gewünscht werdet euch auch! Ähm... Fäermat! 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 Wir haben hier geguckt! Rassuskabe sie, oder wie schon? Oh, mein Akku ist wieder, wenn ich wieder Akku drüber mache. Ich komme gleich los. Ich bin mal schwimmen, aber warum ich bin? Weil ich bin mal. Ich bin dann nicht tot. Nein! Ich bin der Sidi vor Ort gegangen, eh? Sechster. Der Anzidi ist die. Ja, naja. Willst du es kommen rein? Also, weiter. Komm doch rein, was ist das hier oben? Ah, es gibt hier Scharfschützendinger. Ja, lass uns mal spielen. Aber jetzt, es gibt Scharfschützendinger. Hallo? Jo. Ist du immer noch in der Runde? Nee, wir sind in der Runde. Wir sind in der Runde. Was bist du? Ich bin gerade eben in der Runde gegangen. Ich bin gerade eben in der Runde gegangen. Hast du deine Schuhe schon mal die Runde? Ja, wir sind in der Runde schon. Oh, klar. Okay, gut. Okay, gut. Wir sind in der Runde. 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 Ja, okay. Ich bin gerade in der Runde. Ich bin gerade in der Runde. Chos von Neckim coloca. Ich bin gerade pepper. Ich bin gerade dann. Ich bin gerade adjectiviert. Ich weiß, das geht. Was denn? Man sagt, er schränkt es wahr, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat. Ich weiß nicht, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat. Ich weiß nicht, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat. Ich weiß nicht, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat. Ich weiß nicht, dass man nicht geworfen hat, dass man nicht geworfen hat. Ich weiß nicht, dass man nicht geworfen hat. Keine Freund, keine Freundin. Nein, ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Bitte. Ich habe das gerade eben gemacht. Ich habe das gerade eben gemacht. Eeeh, ich kann noch Hast du wieder die neue Waffe und wieder hast du Sniper Monus Und noch raus Mh mh Hast du wieder die neue Waffe und wieder Hat er blau Hat er den neuen Sniper? Ja Abra, du hast ihn doch Ja Abra Auf Youtube Also du hast doch ein Fortnite Was? Du hast doch alle Waffe besser Und dann nie wieder mehr mit mir Du hässliche Kiri Die Brot Die Brot Die Brot Hier hinten Neben dir ist ein Gegner Hinter dir Hinter dir Rechts 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 Egal Da Nein Egal Egal Ja da hinten Wo das Haus war, da Egal Hey, mach mal runter. Oh. Schau mal kurz den Lärkstream auf. Ey, wenn ich schlagen darf, bist du Ninias ein Cousin. Ja, das war ein Zuschauer, genau wo ich die zwei Klicks gerade gemacht habe. Die eine. Digga, wie ich den Notguck gedrückt habe. Ja, das war ein Zuschauer, genau wo ich die zwei Klicks gerade gemacht habe. Leider zwei Gucken sehen. Digga, wie ich den Notguck gedrückt habe. Nein. Doch. Daran haben die neue Runde gestartet? Ja. Warum nicht mit dir? Warum haben die nicht mit dir? Ich war doch bei Toledo. Warten wir, äh, im Sniper-Rotestown kann keine Niedergeschreckt werden, gell? Okay. Du machst das mit Nachrichten, gell? Dann machst du das auch mit Nachrichten. Ich warte, äh, in der Klammer ist mit Nachrichten. Das kann ich nicht sehen, dass mein Kollege mir schreibt. Ah, und, Leute, ich hab die neue Waffe gefunden, so ist die ungefähr. Traurte ich zum Beispiel, dass das mit Kontrollen... Wenn man so bei Partys und so... Ja, wahrscheinlich schon. Die gibt es einen Ebenen, die sind legendär. Im Zweifel, wo es kommt, die eigentlich nicht, die heißt, die sind... Oh, so hat man es geschrieben, bei der Waffe schon, ne? Gut, Spaß. Ich hab' uns die ganze Zeit alles aufs Deck geschnackt werden können. Ja, und jetzt kann man die eigentlich nicht, die sind, also ich glaube... Ich hab' uns die ganze Zeit alles aufs Deck geschnackt werden können. Sagt uns, nein, ich hab' auch nicht das Gefühl, so. Hast du Baumeister-Pro anstehen oder Kampf-Pro? Sagt uns, nein, ich hab' Baumeister-Pro. Okay, hab' ich auch. Geschwindigkeit, wie schnell hast du Geschwindigkeit? Äh, Baumeister-Pro. Ich hab' auf, äh, neun. Ich hab' zehn. Ich verstehe, dass wir alle auf neun machen. Ihr macht auf den, es geht auf hunde, äh, auf zehn. Ich hab' auf zehn. Ich bin auch am überlegen, ob neun gut wäre, weil dann kann ich immer bauen schneller. Ja, das war aber auch bei mir so. Ich mach' manchmal zehn und manchmal neun. Wenn du neun machst, kannst du richtig schnell bauen. Und weil zehn. Und weil zehn. Und weil zehn. Ja, das war aber auch bei mir so. Mach' manchmal zehn und manchmal neun. Wenn du neun machst, kannst du richtig schnell bauen. Und weil zehn. Zara, was steht hier? Komm, vieles rum. Stell' vor, du, ähm, du mit dem Team. Was steht hier? Warte mal, ich schufe mein anderes Handy und guck dir da auch zu. Das neue Gewehr ist eigentlich richtig geil, weil Wurstkämpfer halt. Ich kann es nicht mehr machen, das sieht sie einfach. Die werden eigentlich richtig geil, weil Wurstkämpfer halt. Ich kann es nicht mehr machen, oder nicht. Nein. Hallo. Warum soll es auf die Toilette gehen? Nein. Die ist fertig. Die ist nicht fertig. Ja, habe ich dann das gesammelt. Hey, darf mein Freund mitmachen? Ja, bestätig. Ja, eigentlich schon. Okay. Hast du es gehackt, oder? Ja, ich mache mal. High Control. Falline Kontrolle... Ich werde sie gleich. Jawohl. Ich bin ein kleiner Lügner, das ist du. Ja, das bin ich. Ich geh mal bei Papi. Ich zeig dir. Der andere hat auch Livestream. Mein Comptroller-Lehrlehrgang. Mein Comptroller-Lehrlehrgang. Man, ich hab nie gekümmen können. Bist du tot? Ja, mein Comptroller-Lehrlehrgang. Egal, Leute, dass auf jeden Fall meine Ablauben sind. Seid da und da. Seid da und da sind Scheiße. Das war's für heute. Proxima, guck mal den Führer an und drück mal bereit. Schau, schau, ich könnte Dirk-Coffee-Break-Land-Meifungs-Bombo verkaufen. Wir kaufen an. Nein, drück bereit, drück bereit. Weil ich heute hatte die Schrulli. Schrulli, was ist das? Ah, Schrulli. Ich hätte Blöckdienst weggemacht. Blöckdienst einmal in die Lübdienst. Danke, danke, danke. Kannst du Gruppenanführer anziehen? Ja. Ich hätte nicht Blöckdienst gemacht. Was? Ich hätte nicht Blöckdienst gemacht. Wir sind Blöckdienst. Kann man Blöckdienst verstecken? Wir sind Blöckdienst. Wir sind Blöckdienst, wovend ist der Blöckdienst. Warst du Musik? Um Blöckdienst. In einem Blöckdienst im Blöckdienst. Wir sind die Blöckdienst. Wöre wir uns ausschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.